ist schon sehr lange infiziert oh mein gott wir haben ihn endlich herzlich willkommen ich unterbreche nur ungern die aufklärungsstunde aber können wir endlich hier weg bitte herzlich willkommen zu einer weiteren runde the last of us wir haben ihn endlich platt gemacht hier den bluter oh mein goodness war das eine aktion hier dieses dicke fette vieh hoffentlich da hat auch noch ein bisschen staff da gelassen sehr schön oh mein gott im raum dann noch erst mal die waffe wieder wechseln da ist auch noch was sehr schön mal gucken wenn du was basteln können hier da kann man nix sprengstoff da ist nix da ist auch nix so hier hat auch nix j okay da da kann man noch was noch einmal durch die und hier gehen schade dass sie die nicht mitnehmen können mein gott hat der viel vertragen der blöde blüter ja ich gehe mal davon aus genau dass wir da hoch müssen da ist das brett da okay gehen belote okay los geht's gut kommt joel hinter dir das ist ja denn jetzt da das ist doch nicht zu fassen hier ne komm ich da jetzt endlich hoch oder was ist da los komm hoch hier so raus da hier lang wir sind leichte beute hier ist noch eine leite los schnell weg hier lauf weiter ich bin hinter dir schnell tot geh hoch da hoch 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 keine zeit keine zeit nun mach doch oh mei oh mei oh mei schnell weg rein ins Haus los sauber na das lief ja toll okay ich gehe und sehe mich hier hinten um bell irgendjemand war schon hier mein zeug ist weg okay und was verdammt ist plan b sei du lieber dankbar dass du noch atmest das hier war plan a b c komplett bis z und überhaupt sagt es sie kann sich den job ganz tief in ihren scheiße ja das war sein kumpel frank und wer ist frank er war mein partner nur ein volltrottel wie er würde so ein hemd tragen das sind bisse hier und er wollte sich bestimmt nicht verwandeln also ja scheint so ja na scheiß drauf schaut mal jungs das ding läuft noch das ist meine batterie das verdammte arschloch steig aus steig aus besonders freundlich ist der ja auch nicht gerade die batterie ist leer aber die zellen sind noch okay das heißt das heißt wir schieben wir starten und die lichtmaschine lädt die batterie und das soll gehen hey du wolltest einen plan b mehr ist eben nicht drin was meinst du ich meine du fährst und wir schieben das kann ja heiter werden das gehört auch mehr also was du hast du hast mein zeug geklaut und bist weg ist es so frank du solltest das haus durchsuchen hier gibt es bestimmt noch was ja das machen wir auch gehen wir erstmal durch bevor wir hier durch starten ich lasse es nicht wissen ah super alles voll hier boing bang boing 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 ja ihr lieben habt ihr schon destiny gezockt habe ich glaube ich letztes mal auch schon gefragt schreibt mir doch bitte mal in die kommentare was ihr von dem spiel haltet würde mich mal interessieren ich habe das spiel nicht gekauft ich bin nicht so der dauer baller fan aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden also grafikmäßig sah das schon ganz nett aus aber nur stupides geballer ohne tiefgründige story ist nicht so mein ding ne 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 da müssen wir was noch gucken ob hier noch mehr ist da oben geht es nicht weiter ja so ganz rosig hat das ja auch nicht abgeschnitten vom test her das destiny aber ich denke mal als bungee fan von halo von den halo machen wird es sicherlich seine fans finden das spiel ja ich glaube wir haben ja auch alles das ist ja voll leider haben wir alles gecheckt können wir mal eben schauen ob wir hier noch was jo machen wir erstmal noch ein midi dann molotov jawoll messer lang nicht aber wir haben ja auch noch da kann man auch nichts so mit diesen worten verabschiede ich mich spannend bis zum nächsten mal lasst doch bitte ein like da oder noch besser ein abo ich wünsche euch was und hier machen wir ein cup bis nächstes mal tschüss 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 Vielen Dank.